Visions for Transition. So heißt der erste internationale Online-Wissenschaftskongress von Global 2000, der am 11. und 12. Mai mehr als 20 Stakeholder und knapp 10.000 Interessierte vieler Nationen zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen die Themen Landwirtschaft, Biodiversität und Städte der Zukunft für die Zeit nach der Corona-Krise. Wir stehen derzeit vor sehr großen Herausforderungen. Wir haben eine Biodiversitätskrise und wir haben eine Klimakrise. Und beides zusammen bedroht unsere Fähigkeit, die Welt zu ernähren. Und deswegen ist die Frage, wie eine Landwirtschaft gestaltet sein muss, damit sie eben mit den wachsenden Herausforderungen umgehen kann und vielleicht sogar einen Beitrag dazu leistet, das Artensterben und die Klimakrise einzugrenzen, ist diese Frage eben besonders wichtig. International renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler widmen sich in Vorträgen und interdisziplinären Diskussionen genau diesen Problemen. Die Übertragung der digitalen Konferenzräume via Livestream bietet die innovative Möglichkeit, gemeinsam mit interessiertem Live-Publikum über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Das Besondere daran ist, dass wir viel mehr Leute erreichen können als nur mit einem Kongress, sage ich jetzt, in der Kongressstadt Wien. Weil die meisten Teilnehmer sind ja nicht vor Ort, sondern die nehmen aus Kalifornien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Holland an diesem Kongress teil und werden hier von der Regie sozusagen zusammengeführt. Und dieses sozusagen Gesamtbild, das technisch eben sehr komplex ist auch herzustellen, das bekommen die Kongresszuseher an ihrem Computer zu sehen. Innovativ sind auch die Ideen des Kongresses zur Bewältigung der Biodiversitäts- und Klimakrise sowie der Sicherstellung der Ernährung zukünftiger Generationen. Also es ist so, dass wir ja alle wissen, dass in der Landwirtschaft vieles falsch läuft und das bleibt jetzt nicht nur bei den Bauern hier die Verantwortung, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und wir haben jetzt versucht, einmal einen Vorschlag seines Manifestes zu entwerfen, wo wir uns wünschen, dass so viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschiedenster Disziplinen hier auch ihren Input liefern und dieses auch unterzeichnen. Das ist also auch eine Forderung. Wir müssen jetzt nichts Neues erfinden, wir müssen einfach nur machen. Und dieser Appell, der jetzt hier von den Wissensträgerinnen und Wissensträgern ausgehen kann, der ist für die Politik und für die Wählerinnen und Wähler, Konsumentinnen und Konsumenten einfach wahnsinnig wichtig. Das gemeinsame Ziel ist klar, eine lebenswerte Zukunft. Die dafür notwendigen Handlungsaufforderungen an die Politik eindeutig. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU, kurz GAP, setzt jetzt auf große Betriebe. Quantität vor Qualität. Wir möchten das anders. Wir möchten, dass Qualität vor Quantität steht und eine nachhaltige Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur ist, die im Einklang mit der Biodiversität ist, gefördert wird. Den Weg können wir nur gemeinsam gehen und die Lehren aus der Krise ziehen für ein Leben in der Post-Corona-Zeit. Und das gehört, dass wir vier Jahre nicht noch und 5Gt schon ansaugt haben. Und wir möchten, dass wir die Öl ja auch nennen. Und dann haben wir jetzt einfach noch mal ein bisschen vermitteln. Und deswegen, dass wir hier mit den AT timesreshkräften müssen die Elemente verpassen, und wir dachteninations. Und dann Creilim.